Gut, dass wir eine GoPro mithatten in Hamburg und sie nicht genutzt haben. Peter, sag uns, was die Welt bewegt. Ich bin zu sehen. Du bist zu sehen. Ja. Das ist der wunderbare Weitwinkel einer GoPro. Boah, geil. Wo ist es? Product Placement, Google to go. Oder Mann. Ja übrigens, da wir öfter mal gefragt werden, wenn du was für eine Kamera wir filmen, kann ich hier jetzt offiziell mal reinhalten. Das ist voller Glacement. Nee, Leupstorfer Junge hat die uns empfohlen. Sony HDR CX730. Also die ist halt jetzt auch schon drei Jahre alt. Aber ich finde die eigentlich immer ganz okay so. Die hat nämlich hier dieses Objektiv. Wunderbare Technik aus Japan. Was so, wenn hier wackelt, so. Das alles ausgleicht. Das ist echt geil. Das brauche ich auch. Ja, gerade du brauchst das. Ja, voll wackelt. Ich bin als Behinderter. Ich will ja nicht rumholen, aber Leute, ich bin behindert. Oh, toll. Hast du auch mal eine andere Geschichte? Leute, ich bin... Robin kenne die Grieche. Ah, der ist auch behindert. LOL. LOL. Und jetzt alles zusammen. Haha, ich schneide gerade ein Video von Couple to go. Oh, das ist aber ein guter Kanal. Das Video wird anscheinend länger als 10 Minuten drin gescheit. Alter, es wird ein Special. Schreib Special hin, klingt sich gleich doppelt so gut. Äh, verarsche mein Video nicht. Okay. Wir haben nur ein Leben, bitte lasst uns alles geben. Die Welt spielt insolid und wir tanzen auf den Beat. Letztes Jahr war vor viel beim Auftakt in Paris. Babda Klam war richtig gute Stimmung, wie es hieß. Dieses Jahr geht's richtig ab. Attentate nicht zu knapp. Amokläufe, beste Zeit, latente Fremdenfeindlichkeit. Bomben aufzieht die Person. Wen juckt denn die Umwelt schon? Uns gehört die Erde. Mann, zünden wir's einfach an. Uuuuuh! Der Dancer ist der Himmel, auf dem die Auer droht. Party ist gebohrt. Schießt euch alle tot. Diskutiert mit Waffen, deren Polen viel will wohnen. Und bittet, betont, dass das Sterben dafür lohnt. Und jetzt alle zusammen, Peter! Der Dancer ist der Himmel, dem er bleibt heute verschont. Party ist gebotlos. Schießt euch alle tot. Ja, wärmer den Platz. Rück mal eben rein in Fass. Füttert euren Ass. Nur so macht die Party Spaß. Ich kann nicht singen, sorry. Jetzt nur du, Peter. Ich mach dir die Gitarre. Ich kann nicht singen. Mach irgendwas. Voll gut. Das war doch mal ein richtiges, laden wir gleich jetzt noch das Terraforts Special hoch, weil er klickt sich dreimal so gut. Ähm, ich warte jetzt noch, bis 3 Minuten 33 Sekunden abgeschlossen ist. Peter, du hast das letzte Wort. Leute. Krieg aufkommt nicht weg. Ah, das tun wir dann, direkt Slashwerbeln immer. Ich muss rein. Ah, ja, drei, 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 drei. Ich muss rein. Ich muss rein.